So, jetzt geht's los. Ja. Können wir das schneiden? Ja, hallo. Wir befinden uns hier im Atelier von Rainer Sonnenberg. Rainer Sonnenberg ist Maler. Und hallo Rainer, magst du dich mal vorstellen? Hallo Thomas. Hallo Peter. Ist der Kameramann. Also mein Name ist Rainer Sonnenberg und habe mein Atelier hier in Bentela. Geboren bin ich am 29.07. in Nordenham an der Weser. Mein Vater war früher vor dem Krieg Bühnenmaler am Oldenburger Theater. Aber nach dem Krieg konnte es leider nicht weitergehen. Deswegen habe ich wohl höchstwahrscheinlich so ein bisschen das Kreative von meinem Vater geerbt. Seit dem 63. Lebensjahr bin ich in Rente gegangen und seitdem male ich. Gibt es Vorbilder, die du hast? Ja, natürlich gibt es Vorbilder. Ich habe zum Beispiel viele Ausstellungen besucht in New York, in London, Paris. Das war natürlich beruflich bedingt. Und dann bin ich auch in die Museen gegangen, in Guggenheim und Modern Art in New York. Und habe dann vor den Bildern gestanden und gesagt, wie hat der Himmelhund das gemalt? So, und dann bin ich natürlich wieder nach Hause gefahren und habe das versucht nachzumachen. Es war schwierig. Ich habe erst wie ein Kind gemalt, aber nach und nach kam es dann. Ich weiß, dass du in deinem Beruf vor deiner Rente Schauwerbegestalter warst. Das ist natürlich so. Da mussten wir auch sehr viel mit Farbe spielen, Mode, Hintergrund. Und das kommt mir jetzt natürlich zugute, dass ich da natürlich vieles mit in die Malerei nehmen konnte. Ah ja, mit der Malerei, wie gesagt, ich war ja auch zehn Jahre bei der Firma Eickhoff in Lippstadt und musste da auch sehr, sehr kreativ in Düsseldorf, Bielefeld und Lippstadt sein. Das war sehr schön, dass ich da so viel mitgenommen habe. Hast du spezielle Motive, die du bevorzugst? Und zuerst habe ich natürlich die Bilder von Gerd Richter und verschiedene andere. Und die habe ich dann auch kopiert, so mit verschiedenen Techniken. Oft ist es so, wenn man dann ein Bild liegen lässt und wieder zurückkommt, es ist toll. Und dann sagt man sich, boah, das ist natürlich stark. Aber oft ist es so, wenn man ein Bild fertig hat und nächsten Tag da wieder dran geht, dann macht man es schlechter. Und dann frage ich meine Frau, ist meine beste Kritikerin, Ausatze. Das musst du entweder nur ein bisschen akzentuieren oder mal ist über. Dann kommt der Daumen so. Deswegen, sie hat recht. Die Motive, die du auswählst, sind das aktuelle Themen? Womit beschäftigst du dich am meisten? Im Moment ist es zeitnahes Geschehen mein Ding. Zum Beispiel die Corona-Krise, die ich jetzt auch auf die Leinwand gebracht habe. Ich zeige sie mal. Also Corona, das hat mich so beschäftigt. Zeitnahes Geschehen. Ein unbekannter Virus verändert die Welt. Und praktisch, die Strahlen gehen überall, nach allen Kontinenten. Und das beschäftigt mich eben, dass man auf der gesamten Welt eben diese Situation vorfindet. Das andere Bild hat den gleichen Titel. Es ist Corona, es ist plastisch und geht um die Welt und beschäftigt uns. Wie lange bist du mit solch einem Objekt, mit solch einem Bild? Das ist ja eine Kombination aus Objekt und Malerei. Eine Woche ist das schon. Das sind ja richtig Nägel. Und die habe ich dann eben draufgesetzt, damit das auch so aussieht, wie er auch im Fernsehen gezeigt wird. Hast du auch in der Vergangenheit ähnlich aktuelle Themen in deinen Bildern erscheinen lassen, sage ich mal? Ja, Naturkatastrophen in Kalifornien. Hinterher sind alle Feuerwehrleute in Kalifornien extra ausgezeichnet worden. Diese Bilder befinden sich aber nicht mehr in deinem Bild? Nein, die habe ich alle gespendet. Und dies ist das Letzte. Das ist 2001, New York. Und das Zweite ist eben Untergang der Deepwater, der Bohrinsel in Golf von Mexiko. Da habe ich dann drunter geschrieben, wie geht die Menschheit mit unserer Erde um? Diese Bilder standen lange bei mir rum und keiner interessierte sich dafür. Dann habe ich sie der Feuerwehr in Lippstadt vermacht. Wie man hier sehen kann, aktuell wieder mit einem Werk beschäftigt. Ja. Magst du uns ein kleines Stück darüber erzählen? Ja, das ist auch wieder ein Seebild, wo ein Radfahrer entlangläuft. Aber hier unten drunter dann praktisch der Müll, der aus dem Wasser kommt. Das soll eben unsere Umwelt sein. Würdest du dich als, sag ich mal, als einer der Weltaufrückler bezeichnen, die die Welt erinnern soll, was sie für Unsinn anstellt? Ja, natürlich. Das sind ja auch die Bilder, die ich vorher gezeigt habe. Zeitnahes Geschehen auf der Welt. Und das berührt mich schon. Und deswegen muss ich das auch dann auf die Leinwand bringen. Was würdest du einem jungen Künstler oder einem Künstler, der anfängt, empfehlen? Leben und leben lassen. Das würde ich jedem Künstler vorschlagen. Und er muss an sich arbeiten. Mächtig, mächtig an sich arbeiten, damit er seinen Stil findet. Mächtig an sich, wenn ihr denkt, was sie dann damit. Vielleicht können wir keinÓ sunny stated. Dirok! TAS2 Vielen Dank.